Liebe FCL-Fans, ich finde es super, dass ihr einen neuen FCL-Fanclub gegründet habt. Vor allem jetzt in einer Phase, in der es in unserem FCL nicht so rund läuft, dass alle vorstellen, ist das natürlich doppelt wichtig. Und ich muss euch hier ein riesiges Kompliment machen, dass ihr diesen Fanclub gegründet habt. Ihr seht, ich bin immer noch blau-weiss. Ich habe extra ein Lieblings angelegt aus vergangenen Zeiten. Das ist übrigens mein einziges Lieblings, das ich noch aus meiner aktiven Zeit habe. Mein Herz schlägt natürlich immer noch blau-weiss und das wird es auch in Zukunft machen. Ich wäre gerne heute bei euch an dieser Gründungsversammlung dabei gewesen, habe aber leider müssen wegen einem Termin absagen. Kommen aber gerne ein anderes Mal vorbei, kontaktiert mich ungeniert wieder einmal. Kommen wir gerne mal vorbei und dann können wir zusammen über vergangenen, über heutige oder über zukünftige FCL-Zeiten ein bisschen blödeln zusammen. Ich wünsche euch auf diesem Weg für euren Fanclub alles Gute, viel Glück und in unserem FCL natürlich viele Punkte. Spektakuläre und erfolgreiche Spiele und alles Gute. Ich wünsche euch einen schönen Abend, geniesst es, habt ihr die Sorge zueinander und ich freue mich, wenn wir uns wieder einmal sehen. Tschüss zusammen und macht's gut.